Guten Morgen! Ich habe übrigens heute Vormittag einen Patienten auf Ihre Warteliste setzen lassen. Herr Jäger, passt das? Ist das mein Paket? Nicht anfassen! Was ist denn da drin? Vitroglitzerin? Geht's überhaupt nichts an. Hallo! Der Herr Jäger ist jetzt da. Der Patient, den ich Ihnen kurzfristig... Hallo? Ist das Geschirr? Es ist ein japanisches Teeservice. Sie haben Ihr Paket geröntgt? Ja. Wenn während des Transports was beschädigt worden wäre, hätte ich den Paketdienst verklagt und hätte eindeutig die besseren Karten gehabt. Muss ja verdammt viel wert sein. Meine Eltern haben es von einem buddhistischen Mönch bekommen. Was sind die Schalen denn wert, dass Sie sie wie rohe Eier behandeln? Viel. Aber für meine Mutter haben Sie eine ganz andere Bedeutung. Es hängt eine Prophezeiung daran. Oh wow! Fluch oder Zauber? Sind Sie aber, glaube ich? Unsinn. Weil meine Mutter glaubt daran. Und was denn? Also wer diese Schalen erbt, der... Wird bald heiraten. Sie heiraten? Dieser Gedanke scheint Ihnen ja überhaupt nicht zu gefallen. Ich... Was soll das denn? Meine Mutter denkt, es ist Zeit für die Familienplanung. Also wäre das Zeug auf dem Transportweg kaputt gegangen, dann hätte sich die Prophezeiung doch elegant erledigt. Willen Sie so mit Ihrer Mutter umgehen? Da... 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 Hallo. Was gibt's? Also nach allem, was Sie mir über dieses Teaser-Wies erzählt haben... Ja? Verdammt, ich war so neugierig. Ich hab's aus Versehen kaputt gemacht. Das tut mir wahnsinnig leid. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ich werde Ihnen einen Schaden ersetzen. Das ist nicht zu ersetzen. Das Porzellan vielleicht, aber... Was war das, Orage? Sie haben doch gesagt, Sie glauben nicht an sowas. Ja, ich nicht, aber meine Mutter. Vielleicht kann man ihr das irgendwie erklären. Das ist ne Katastrophe für Sie. Es tut mir so leid. Ehrlich. Das ist schön für Sie, aber das bringt mir überhaupt nichts. Was soll das alles? Tee-Zeremonie. Bitte Platz zu nehmen. Was soll das alles? Wir machen gleich ein Selfie. Wir zwei, die Teeschalen und mein bezauberndes Lächeln. Das Bild gilt in Ihre Eltern. Sie dürfen Ihren Eltern berichten, die schöne Frau auf dem Bild sei Ihre neue Freundin. Die Prophezeiung des Porzellans hat sich erfüllt. Sie sind nicht meine Freundin und das Porzellan ist zum größten Teil durch Ihre Hand zerstört. Deshalb erzählen Sie Ihren Eltern nächstens, dass mit Ihrer neuen Freundin sei wieder vorbei. Weil die grobmotorische Kuh beim Abwasch fast das ganze Geschirr zerdeppert hat. Sohn wie der Solo. Mama versteht's. Sie sind ja total irre. Aber gerissen. Handy. Lächeln ist wirklich gar nicht so übel. Lächeln ist wirklich gar nicht so übel.